Servus und Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt uns ja gefragt, ob wir euch ein paar Fußballbasics erklären können und deshalb habe ich heute auch zwei professionelle Fitnesstrainer eingeladen von Strong & Flex TV und wir werden euch zusammen im ersten Teil heute das Thema Aufwärmen erklären. Viel Spaß beim Schauen! Aber Achtung Leute, beim Aufwärmen auf keinen Fall in die Dauerdehnung gehen. Ihr müsst unbedingt dynamisch stehen, sonst werdet ihr langsamer und das Verletzungsrisiko steigt. Bis zum nächsten Mal. Ein Klassiker beim Aufwärmen, auch ganz funktionell, ganz wichtig, Oberschenkelvorderseite, die dann eben nicht in die Dauerdehnung gehen, sondern dehnt sie dynamisch, indem ihr in die Dehnung geht und direkt wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Dynamisch stehen. Achtet auf eure Beckenstellung, nicht ins Wohlkreuz, sondern Becken aufrichten, Po fest machen und dann in der Form dehnen. börge, rein, raus, rein, raus, rein und mitt Sekunden. Also, vad Open, los durch tumb結er sind bleibus solt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.